Juuu! Hi Leute! Hier ist der Mr.Grantz, mein Name ist Draphalo und willkommen zu einer weiteren IDT Folge und mit dabei ist der T-Devil of Tanks und Eski. Hallo! Oh, ich... Ja, wir sind IDT. Und ähm, hast du Holybuffs? Nein, 3. Ja. Und das war ich alles nur für euch, man. Nur, 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 weil ihr euch hier voll aufregt, man. Ein paar mir sogar angeschrieben. Und damit ihr mich nicht mobbt. Alter, da ist die Arme direkt. Egal, Babs Post hier nicht. Oh, ich hab wenigstens überlebt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja, du hast... Äh, wen hast du unterbrochen? Stanislav. Wie denn? Ich finde der Name echt krass. Echt? Ja. Bist du ein Unbegriff, also nicht so oft gehört? Alter, Mann. Ja. Ich hab eh immer... Hilfe! Ja schon, Savi, oder? Ja. Weil ich zum Beispiel hab keine. Alter, wie viel kritisch auf 38 km. Ich geb dir 5. Ich geb dir 5. Ja, wär nett. Danke. Bitte. Soll ich SP ausziehen, oder? Mega. LTT. Was soll denn das heißen für ein Clan, Alter? LTTT. Alter, nenn ich einmal LED. Pro Titan Tank. Ah, ich mach mal einmal ganzen Mob, ich mach mal ganzen Mob. Ich werd da, glaub ich, sterben, aber... Naja, ich probier's dann einfach mal. Tomb Storm, Alter, was für Namen die haben, Mann. Tomb Storm! Eine nennt sich German. German. Mit natürlich mit einem 3, mit einer 4, und einer... Ja. Ja, aber, aber. Okay. Die Leute stressen mich am meisten, Mann. Die noch eine 4 dran tun, oder so. 4? Na ja, meistens sieht's gut aus, aber wenn man sich German nennt, dann denk ich mir, okay. So, das ist echt keine Idee, wie du dich nennen solltest. Bekämpfest, müsstest, müsstest, müsstest. Oh mein Gott, ich bin so immer. Duke. Duke. Alter. Warte, ich gebe dir... Hallo! Okay, so. Okay, da hast du's. Ich bin so krass. Wie viel... Du musst auf ihn grad so gerne machen. Okay. Ich bin sowieso der Müllschlucker hier in der Film. Müllschlucker. Ja. Nein, 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 du meinst, du bist ne Müllschluckerin. Ja, okay. Uhuh. Nern mal Deutsch. Musst du grad sagen. Ja, muss ich mal, wenn du bei mir das auch so machst. Naja, sie hört sich nicht für mich an wie eine Türkin. Nein. Ja, ich bin ja auch hier auf. Nur aber dafür wie ein Pole. Was? Kann man dann nicht verwechseln mit deinem Deutschen oder so. Naja, viele denken, ich bin ein Deutscher in meiner Firma. Weil ich... Hey, ich rede so. Wau, 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 so ist das die Schnelle, gell? Und der Typ kann nicht so gut deutlich so... Aha, okay. Er versteht aber nichts, was ich da labere, man. Ja, weil die Ausländer sind bei denen deine Firma. Aber bei mir sind auch ein paar Deutschen da. aber zu dieser ausländer ich kann schon ein bisschen deutsch aber ist nicht so gut aber wenn man ihn so langsam ist alles erklärt dann verstehen sie es aber ich rede zu schnell einfach weißt du automatisch und ja 45 65 mein gott der bau ist so ein paar die waufe sonst stirbt so gibt man war nur diesen augen mein gott ich sterbe lieber wieder zurück bei mir ja ich bin halt schon gut natürlich der ist auch auf 100 edel gespielt und 28 angriff ich krieg die mal von mann ja man kann angst du musst schon in keine angst vor mir vor mir du musst schon keine angst über mich haben nein scheiße du kannst aber raus weil ich habe gerne das geld hätte gekillt ok da macht nicht so viel damit du musst keine angst über mich haben nein hä wie geht es du musst du musst keine angst um mich haben genau genau ich habe vorhin gesagt um dich du musst mich nicht haben starr ist ab halt dein maul nein nein starr ist ab ja fick dich nein nein ich mach spaß keine bösen wörter Aha, aber du, oder? Genau. So genau du warst. Genau du Mist geworden. So genau du Mist, du Stück Scheiße. Du Miststück. Hey so, hey so Eski, ja genau du Miststück. So, so, so. Jetzt keine Bleidigen mehr. Nein, nein, nein. Nein, so, nein, so. Hey, keine Belangen jetzt, du Miststück. Bisschen weiter. Ihr seid echt schlimm. Normal. Muss, ne? Ist nicht bloß normal. Also in meinen Augen ist es normal. In meinen Augen, naja, keine Ahnung. Ist ja Standard. Du hast Augen. Ja, okay. Natürlich hab ich auch. Vielleicht kannst du das Spiel auch blind spielen. Hast du mehr Skill. Genau blind, man. Genau. Vielleicht war ich schon. Ich nehme es wahr, indem ich die Geräusche höre. Dann fasse ich sie in ein Bild zusammen. Alter, so ne Scheiß, diese Skitties, man. Soll man damit machen? Gib mir mal Aura. Hop, hop. Okay, eins, zwei, drei. Oh, jetzt wollte ich was machen jetzt. Wegen die hab ich jetzt wieder. Tut mir leid. Alles wegen dir. Alles wegen dir. Alles wegen dir bin ich jetzt blind. Boah, schaff ich. Boah, schaff ich. Siehst du, hast mein Damage gesehen. Wirf damit. Wenn du irgendwas brauchst, ich hab alles. Ja. Du hast alles. Du hast alles. Hm. Ich bräuchte eine Rüste, sieben bis zehn. Ja, genau. Die hab ich gerade leider nicht auf Lager. Hm. Du hast alles. Hm. Wie heißt eigentlich dein Main? Würde ich dir nicht sagen. Sagt doch. Viel Spaß. Miss Overdose. Wie ist der Will? Ist sie? Ähm. 86. 86. Ja. 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 Du bist ja, naja, du bist so wie das andere Mädchen. Hast du noch paar Lows, aber ist aber nicht so 90 oder so. Oh, ich hab vergessen die dazu können. Wie geil, drei Hits sind die mal einfach so. Tuck. 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 Der Schießer Blindies. Aber das Geile an dem Spiel finde ich, das steht so Damage und so Krütt. Und so so richtig krass, man. Steiger dich nicht. Ah ja, man. Ich steigere mich immer, man. Nein, man. Das macht aus deine Persönlichkeit aus. Das ist witzig. Oh ja. Oh yeah. Okay. Okay. Alter, ich merk gerade die Missgeburten, Opfer, Kollegen von meinem Team. Ah ja, genau, Leute. Danke. Wer die separaten SP abgetrauen braucht, einfach unten in den Kommentaren schreiben, die verschenke ja niemanden. Einfach unten schreiben auf S1, wer die auf S1 braucht. Einfach schreiben, ich verschenke sie. Weil ich hab sie geschenkt bekommen von jemandem. Ich weiß nicht mehr von wem aber. Ja und die habe ich auch geschenkt bekommen. Die verschenke ich auch. Nein, komm. Oh, ich glaub, man kann sie verkaufen bei 1kk. Nee. Dauert diese. Dauert dieses Killticket für Paten, die gibt's nicht mehr, glaub ich. Ach echt? Jaja, glaub ich, dass ich müssen. Jaja, dieses Killticket ist, wenn man dieses Killtoffs machen kann. Ja. Ich bin mir grad nicht sicher. Ich bin mir grad... Nein, ich glaub... Entschuldigung. Wieso entschuldigst du dich? Alter, diese Musik, man, diese politischen Musik sogar. BAM! Ich bin der Impost in der Fam, aber ich bin für weiter. Wieso bin ich nicht überhaupt? Ich weiß es nicht. Crystal hat die Fam verlassen. Scheiß... Scheiß Junkie. Jo, Leute, das war's jetzt auch mit der Folge. Und ja, viel Spaß beim Zocken. Lasst euch nicht abzocken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Peace, Leute. Frieden und Spaß, man. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.